Untertitelung des ZDF, 2020 mit der 67, Jamila Böhm, ART Düsseldorf, Führung dahinter, Julia Gerter von der LG Eintracht-Francourt und die beiden machen das Rennen unter sich aus, ja ganz eng doch, Jamila Böhm, Julia Gerter, jetzt wird genüttelt von beiden im Duett, jetzt hier würde 8 Millionen Schein vorne zu bleiben, den offiziell habe ich leider die Zeit jetzt nicht, der macht mir auf den offizierten Stachtoffen. Also!